Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Tönnesen, weil Sie ja eben so schön gesagt haben, dass Ihr Antrag so gut bei der Anhörung bei den Experten angekommen ist, möchte ich nur ein Zitat an den Anfang setzen. Und zwar sagt Herr Werner Reinhardt, der Leiter der Universitätsbibliothek Siegen, Zitat, als ich den Antrag gelesen habe, habe ich mich zunächst einmal gefreut, dass im Landtag darüber geredet wird, was da passiert. War dann aber ein bisschen verblüfft, dass 20 Jahre Arbeit, die schon im Land geleistet worden ist, irgendwo nicht auftauchten. Nämlich der organisatorische Teil, der angesprochen worden ist, der auch von Baden-Württemberg her quasi abgeguckt werden sollte, der wurde bei uns entwickelt, Zitat Ende. Und ich könnte noch eine Reihe von ähnlichen Zitaten jetzt anfügen, wenn das hier nicht so lang würde, weil die Anhörung eben nicht besonders gut bei den Expertinnen und Experten angekommen ist und bewertet worden ist. Liebe Frau Tönnissen, die CDU und Sie reklamieren in Ihrem Antrag auch ein erfolgreiches Hochschulfreiheitsgesetz und fordern aber gleichzeitig uns auf, die Landesregierung, dass wir dafür sorgen sollen, die Hochschulen mögen sich gemeinsam koordinieren. Ja, was denn nun, wenn Ihrer Meinung nach das HFG so erfolgreich war? Warum sollte der Staat jetzt die Probleme lösen, die nach Ihrer Logik gemeinsame Aufgabe autonomer Hochschulen sind? Wir sehen uns tatsächlich in der Verantwortung, dort einzugreifen, wo die Selbststeuerung der Hochschulen an ihre Grenzen kommt. Aber zunächst sollten wir einmal, um es mit Ihren Worten zu sagen, in die Fähigkeiten der Hochschulen vertrauen und uns vor allem ansehen, was es im Bereich der konsortialen Erwerbung elektronischer Ressourcen ja bereits gibt. Erstens. Das Land fördert längst eine Einrichtung, die die Konsortialfunktion ausübt, das Hochschulbibliothekszentrum NRW. Und dort wird seit 1999 der gemeinschaftliche Erwerb von Datenbanken, von E-Books und Journals für Hochschulen und Bibliotheken organisiert. Für einige elektronische Inhalte ist das HBZ überregionaler und sogar bundesweit exklusiver Konsortialführer. Darüber hinaus findet eine Kooperation mit Konsortien in Österreich und der Schweiz sowie mit Konsortien aus Staaten von allen Kontinenten statt. Das HBZ übernimmt auch organisatorisch und technisch die Bereitstellung vieler der erworbenen Produkte und bietet Veranstaltungen dazu an. Zweitens. Während Sie in Ihrem Antrag das Beispiel E-Science aus Baden-Württemberg als vorbildhaft herausgreifen, beschränken Sie sich in Ihren Forderungen auf das Thema Lizenzierung. Zum Baden-Württemberger Konzept gehören aber auch ganz wesentlich die Themen Digitalisierung von Materialien und Arbeitsprozessen sowie Open Access und Open Data. Und insbesondere zu letzten beiden Punkten haben Sie sich in der Vergangenheit aber wiederholt einer fortschrittlichen Lösung verweigert. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, was Dr. Anne Lipp von der DFG bei der Anhörung im Wissenschaftsausschuss gesagt hat, ich zitiere, angenommen die Annahme, die in einer Publikation der Max-Planck-Gesellschaft formuliert wurde, dass eine flächendeckende Umstellung auf das Open Access-Modell kostenneutral zu erreichen ist, stimmt, dann würde das bedeuten, dass die heute für die Informationsversorgung aufgewandten Kosten in einem Open Access-Modell sehr viel effektiver eingesetzt werden könnten. Zitat Ende. Meine Annahme wäre sogar, dass heute mehr Kosten in den Subskriptionsbereich fließen als in einen Open Access-Modellbereich, sagt sie dann weiter an anderer Stelle. Wenn es also um die Gesamtherausforderung der Digitalisierung im Wissenschaftsbereich geht, dann kneifen Sie. Doch auch hier leistet das HWZ NRW schon wichtige Arbeit. Mit DigiLink wird die Verwaltung von Internetressourcen und Datenbanken ermöglicht und mit DigiBip eine technische Plattform für alle Bibliotheksdienstleistungen angeboten. Und auch um die Organisation des vom Land geförderten Programms Digital Peer Publishing, der Open Access-Initiative zum Aufbau qualitätsgesicherter elektronischer Fachzeitschriften, kümmert sich die Einrichtung. Und insofern kann man sagen, ist das HWZ NRW nicht nur einer der wesentlichen Konsortialführer im deutschsprachigen Raum, sondern befasst sich auch mit dem gesamten Komplex der Digitalisierung im Wissenschaftsbereich. Und schließlich finde ich es bemerkenswert, dass die CDU plötzlich Ungerechtigkeiten im Mehrwertsteuersystem entdeckt. Die Ungleichbehandlung von elektronischer und gedruckter Literatur wurde ja nun vom Bundestag mit Blick auf die europäische Mehrwertsteuersystem- Richtlinie angegangen. Aber wann will sich die Partei, die seit zehn Jahren die Bundeskanzlerin stellt, eigentlich um die übrigen Ungerechtigkeiten kümmern. Und falls es Ihnen hier an konkreten Beispielen fehlt, kann ich Ihnen gerne auf die Sprünge helfen. Rennpferde und Skilifte 7 Prozent, Mineralwasser und Babywindeln 19 Prozent. Das ist die absurde Realität. Vor diesem Hintergrund und weil Sie mit Ihren Ansichten zur Digitalisierung nicht auf dem aktuellen Stand sind, werden wir Ihren Antrag heute ablehnen. Aber vielen Dank für die Debatte. Vielen Dank, Frau Präsidentin.